Was kann die Kirche von Sexarbeiterinnen lernen? Viel, sagt Christina Marleen. Sie ist Sexarbeiterin und sie hat dieses Jahr auf dem Kirchentag bei einer Podiumsdiskussion diesen Satz gesagt, die Kirche kann viel von Sexarbeiterinnen lernen. Daraufhin war ich gleich ganz neugierig und habe sie hier zu mir in die Redaktion eingeladen. Herzlich willkommen, Christina Marleen. Ich bin Susanne Richter, ich bin Pastorin und ich arbeite für die Evangelische Kirche beim NDR. Ich habe hier verschiedene Verkündigungssendungen für NDR 2, Enjoy und NDR Info. Hier bei mir Christina Marleen. Ja, danke für die Einladung. Finde ich wirklich, wirklich ganz toll und auch sehr mutig. Ja, ich bin Christina Marleen, ich bin Sexarbeiterin in Berlin. Ich arbeite, ich gebe Einzelsessions und Workshops zum Thema Sexualität, Intimität, Berührung, BDSM, Bondage und Tantra. Und ja, das ist einfach meine Leidenschaft und Berufung und habe dadurch viel gelernt, was ich gerne weitergebe. Ja, wir steigen ja schon fast ein, wenn Sie sagen, das ist sehr mutig. Warum ist das mutig? Ich glaube, es gibt schon, ich fand es schon mutig, dass ich eingeladen wurde auf den Kirchentag, weil es gibt natürlich viele Ressentiments gegen Sexarbeiterinnen, die sozusagen, oder Prostituierte. Ich bin ja rechtlich eine Prostituierte, weil ich sexuelle Dienstleistungen anbiete. Und da gibt es sozusagen von der bürgerlichen Gesellschaft immer wieder viele Ressentiments und auch Widerstände. Ich bin ja nun neugierig geworden, weil Sie gesagt haben, die Kirche kann viel von Ihnen lernen. Da habe ich gleich gedacht, da rufe ich an und möchte gerne wissen, was kann ich da lernen. Denn ich habe auf Ihrer Internetseite ganz viel gefunden, wo ich gemerkt habe, von Ihrer inneren Haltung her, gibt es da tatsächlich auch Parallelen zwischen dem, was Sie machen und was tatsächlich auch Pastoren machen oder Pastorinnen machen. Und wir haben beschlossen, dass wir ein Interview als eine Art Gespräch machen, wo wir uns gegenseitig mal unseren Beruf vorstellen und uns auch gegenseitig Fragen stellen. Was machen Sie da genau? Und dass wir dann gucken können, vielleicht auch, wo gibt es Parallelen, wo sind wirklich auch Grenzen, wo sind Unterschiede, um dann wirklich zu dieser Frage hinzukommen. Was können wir voneinander vielleicht tatsächlich lernen? Wir fangen vielleicht erst einmal an, dass wir sagen, was genau gehört zu Ihrem Beruf? Was machen Sie da? Also in den Einzelsessions, die ich gebe, einzeln oder für Paare auch, da berühre ich Menschen. Also ich berühre sie am ganzen Körper, ich berühre sie auch sexuell und intim. Und ich bin auch selber mit meiner Sexualität involviert in unterschiedlicher Art und Weise, je nachdem, welche Form von Session ich mache. Berührung spielt ja bei mir, wenn ich jetzt sage, was ich in meinem Beruf mache, Berührung spielt auch eine Rolle. Als Pastorin berühre ich beim Segnen, beim Taufen. Ich war früher Gemeindepastorin und bin jetzt ja bei der Evangelischen Kirche beim NDR. Ja, da berühre ich jetzt nicht mehr direkt, sondern da mache ich eben Sendungen, Segnungen. Dazu kann es auch noch manchmal kommen, aber im Grunde genommen mache ich das nicht jetzt mehr. Ich mache sonst Gottesdienste, Verkündigungssendungen. Die nächste Frage, die wir uns vorgenommen haben, war, wie sind wir zu unserem Beruf gekommen? Mögen Sie wieder anfangen? Ja, gerne. Also für mich war das Teil eines Prozesses, der sowieso mit dem Körper zu tun hat. Also ich hatte einfach irgendwie, war für mich Berührung, Bewegung und im weitesten Sinne Heilung waren so ein bisschen meine Lebensthemen. Und ich habe das eine ganze Weile einfach auch in meiner Arbeit als Physiotherapeutin gemacht. Und ich hatte dann, um sozusagen wirklich ganzheitlich arbeiten zu können, hatte ich schon den Eindruck, ich möchte Sexualität in diesen Prozess mit einbeziehen. Sexualität ist einfach ein ganz wesentlicher Teil von Körperlichkeit und eben auch Teil unserer vitalen und Glücksenergie. Und es gehört zu den großen Fragen, warum Sexualität einfach ständig ausgeblendet wird und so stark tabuisiert ist bis heute. Da frage ich jetzt tatsächlich gleich schon mal nach, warum bedarf unserer Sexualität der Heilung? Also Heilung ist ein großes Wort. Ich mache da manchmal so einen kleinen Bogen drum, weil ich möchte nicht mit einem Heilungsversprechen antreten. Aber es gibt schon, also dadurch, dass Sexualität, wir leben einfach auch immer noch in einer total, also einer sehr sexual repressiven Kultur. Daran hat die Kirche ja nicht unerheblichen Anteil, muss ich dazu ja sagen. Und diese Abspaltung, die macht natürlich, also die produziert Leid im Individuum, aber auch für uns als Kultur. Und ich glaube, dass alle Räume, die Sexualität einfach nur, in Anführungszeichen, wieder als selbstverständlichen Teil von Menschsein integrieren, heilsam sind. Heilung, das wäre, also das ist tatsächlich was, oder Heilung ist tatsächlich was, wo meine Arbeit auch ansetzt. Heilung kann auch ein Stichwort sein für mich als Pastorin, da geht es im Grunde genommen auch um Heilwerden. Wir gehen davon aus, jeder Mensch ist in sich eben einfach auch verdreht, zerdreht oder sündig, wie man... Das ist spannend, das finde ich zum Beispiel, möchte ich das, Entschuldigung, ich wollte mich nicht unterbrechen, aber das finde ich total spannend, weil das ist vielleicht auch der Grund, warum ich um das Wort Heilung so einen Bogen mache, weil es davon ausgeht, dass wir eigentlich oder jetzt im Urzustand unheil sind. Und das ist vielleicht auch dieser Gedanke, der Kirche, oder ein kirchlicher Gedanke ist dieser sündige Gedanke. Und das finde ich ganz schwierig. Ich möchte eigentlich davon ausgehen, dass wir im Grunde richtig sind. Aber diese beiden Seiten gibt es tatsächlich auch im Christentum. Die eine Seite, die sagt, im Kern sind wir eben Bild Gottes und gut so wie wir sind. Und gleichzeitig merken wir immer etwas, weiß ich nicht, vielleicht kennen Sie das auch in Ihrem eigenen Leben, dass Sie merken, da gibt es eine heile Seite. Und auf der anderen Seite ist da auch immer was, was sozusagen noch zu einer Verwirklichung hin strebt. Also wir sind noch nicht ganz so die, die wir eigentlich sein möchten oder auch als die wir manchmal gedacht sind. Also wir wollen was anderes, als wir eigentlich nachher wirklich tun. Und wir sind schon in uns oft auch gebrochen. Das ist mehr so ein Seinszustand. Nicht so, du bist schlecht, sondern nein, du bist geliebtes Kind Gottes. Aber manchmal schaffst du es nicht, so zu sein, wie du möchtest. Und das ist nicht deine Schuld, weil du irgendwie schlecht bist, sondern das haben alle Menschen. Das ist eigentlich damit gemeint. Das wurde früher auch manchmal Erbsünde genannt, was auch oft pervertiert wurde. Aber eigentlich ist damit gemeint nur, so wie du bist, also das nicht auf sich selber zu beziehen, sondern zu sagen, ja, man braucht auch etwas von außen, um der zu werden, der man ist. Man braucht Liebe, damit man zu dem werden kann, wer man ist. Das ist eigentlich damit aus meiner Sicht jetzt gemeint. Ich finde, es passt schon. Also ich kann damit auch echt viel anfangen. Also eben gerade, weil ich mich ja, im Buddhismus gibt es ja quasi ein bisschen diese Aussage, es gibt Leid. Also der Mensch strebt danach oder der menschliche Geist produziert Leid durch Anhaftung, durch Gier, durch Neid, durch irgendwie das Gefühl, ich möchte mehr von etwas haben. Das kennen wir alle, dass wir leben in einer Welt, in der mehr haben, also Geiz ist geil oder das ist ja sozusagen auch Teil eines kapitalistischen Grundsystems. Und das sozusagen Glück, vollständiges Glück, wie es der Buddhismus möchte oder anstrebt, ist die Abwesenheit von Leid und damit auch die Befreiung von eben diesen Gefühlen. Und also was ich halt schwierig finde, insofern ist sich das ja ähnlich. Also es ist dann auch eine Praxis, eine Praxis immer wieder zu dem Wesentlichen zurückzugehen und sich zu verabschieden von Gefühlen, die schlecht sind. Also wenn man es jetzt schlecht nennen möchte. Aber was ich halt, also im Kirchlichen ist ja sozusagen dieser Kern oder sagen wir eigentlich du? Die im Interview sind die siezen wir uns. Okay, alles klar. Sie sagen jetzt Kind Gottes, was ich eigentlich sehr schön finde, aber manchmal erstarrt ja sozusagen in diesen kirchlichen Praktiken das eher zu so einem moralischen Diskurs. Also wenn ich sozusagen, was das Richtige ist zu tun, sind einfach Regeln, an die ich mich halte oder sind dann ja auch zum Beispiel sexuelle Regeln, also was man macht und was man nicht darf. Und da habe ich dann eher so ein Problem, wenn das eine moralische Kategorie ist, was das Richtige ist. Ja, gut, dass Sie darauf hinweisen, das hätte ich auch. Und ich finde es auch wichtig, dass Sie es benennen. Das würde ich jetzt als Theologin sagen, mit Erfahrung im Bereich von Kirchengeschichte, so ist es de facto, wie Sie sagen, oft ausgelegt worden. Es gibt auch noch kirchliche Kreise, wo das so gemacht wird. Und ich finde es auch ein Verbrechen. Ich finde es nicht christlich, wenn das geschieht. Ich finde es auch nicht biblisch. Also dann kann ich mich nur im Namen der Kirche an der Stelle dann entschuldigen, aber es ist tatsächlich nicht damit gemeint. So ist meine Auffassung. Ich weiß aber auch, dass das passiert ist. Ich glaube, das waren dann irgendwelche Machtansprüche. Also ich weiß auch, dass das passiert ist, aber das ist nicht ursprünglich damit gemeint. Und meiner Meinung nach auch überhaupt nicht im Sinne von Jesus Christus, so wie ich ihn verstehe. Das finde ich ganz wunderbar. Also ich weiß nicht, ob ich das im Namen von irgendwem annehmen kann, aber es freut mich. Es freut mich auch für dieses Gespräch. Vielleicht, also ganz kurz, was mir dazu noch einfällt, weil das ist ja nun auch mein Feld. Also dass die Kirche als solche schon auch in der Verantwortung ist für die Beschneidung sexueller Grundrechte von, insbesondere von Frauen, aber auch von sexuellen Minderheiten im Sinne von LGBTIQI, also Menschen, die gleichgeschlechtlich lieben. Das ist jetzt vielleicht für die evangelische Kirche nicht mehr so relevant, aber wir hatten gerade gestern, aber wahrscheinlich schon auch, also das ist ja nicht eine, das ist ja sehr heterogen. Und wir hatten erst gestern in Berlin oder am Samstag den Marsch für das Leben, dem Einglück, dass Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung sozusagen auch eine Demonstration entgegengesetzt hat. Und das finde ich einfach schwierig. Ich kann das zum Teil kaum davon abstrahieren, welche Sünden, das nenne ich Sünden, im Namen des Glaubens. Also Sie sagen es auch selber, dass es da unterschiedliche Formen gibt, das auszulegen. Aber im Namen des Glaubens sind wirklich Menschenrechte verletzt worden. Ja, deshalb bin ich auch so froh, dass zum Beispiel jetzt die Nordkirche jetzt ganz deutlich gesagt hat, nein, wir nennen Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren Trauung. Und bei uns hat das schon sehr früh stattgefunden. Wir sind nun auch eine sehr offene Kirche, aber da hat es eben auch wirklich öffentliche Entschuldigungsschreiben einfach auch gegeben, wo man sagt, nein, es ist nicht in Ordnung, was hier im Namen der Kirche passiert. Es ist auch eine Form von Verbrechen, was da geschehen ist an den Leuten. Wir sind allerdings schon gleich wieder eingestiegen. Wir waren eigentlich da, das ist ja völlig in Ordnung. Wir waren daher ja eigentlich gekommen, dass wir gesagt hatten, wie sind wir zu unserer Arbeit gekommen? Ich sage da noch einmal kurz, was Heilung hatte ich als Stichwort gegeben. Darum geht es auch im Christentum natürlich. Ich bin eigentlich dazu gekommen, weil ich eine ganz tolle Pastorin hatte, die ganz viel auch mit Tanz gemacht hat, mit Körperarbeit interessanterweise. Und eine sehr offene Person gewesen ist, die auch Gottesdienste zum Thema Märchen gemacht hat, die sehr viel Frauenarbeit gemacht hat, sehr viel Körperarbeit überhaupt. Ich habe das zum Glück anders erleben können in der Kirche von Anfang an. Also das war wirklich ein Ort, der sehr liebevoll war, sehr politisch war, sehr frei. Also bei uns wurde in den Jugendräumen, ja weiß ich nicht, da wurde geknutscht und tolle Partys gefallen. Das sind die Erinnerungen, die ich da habe. Super Gottes Erfahrung. Da war einfach sehr viel möglich. Und erst später dann im Studium habe ich einfach auch striktere Formen von Religiosität kennengelernt. Da musste ich mich daran auch sehr abarbeiten. Aber so bin ich darauf gekommen. Und ganz kurz darf ich fragen, also der Glaube an sich, wann oder wie ist der in Ihr System gekommen? Also das, was Sie jetzt Glauben nennen, ist das mit der Kirche verknüpft, also mit diesen Kirchenerfahrungen? Oder ist das irgendwas, was irgendwann über Sie kam, dass es Gott gibt? Oder sind Sie damit erzogen worden, dass es Gott gibt? Das ist eine echte Frage. Also ich bin von meinen Eltern zu der Kirche mitgenommen worden, aber meine Eltern waren tatsächlich relativ zurückhaltend eigentlich damit. Also wir haben als Kinder Kirchenlieder gesungen, zwar tatsächlich, also wir haben als Kinder, weißt du wie viele Sternen dann stehen, gesungen, solche vertrauensfördernden Lieder, wo ich irgendwie wusste, so da gibt es irgendwie eine Instanz, die für Gerechtigkeit steht und so. Aber tatsächlich so ein Kinderglaube, der auch viel in Frage gestellt wurde im Laufe der Zeit. Mein Vater ist Intensivmediziner gewesen und da habe ich sehr viel Leid einfach auch aus seiner Station mitgekriegt oder auch sehr viele Unfälle im Laufe der Zeit. Also es gab schon Phasen, wo ich wirklich gedacht habe, oh, wie passt das zusammen alles so? Also deshalb kann ich nicht sagen, ich habe einmal so einen Glauben mitbekommen, der hat sich irgendwie verwandelt und ist auch durch Krisen gegangen und hat dann neue Formen angenommen. Während ich jetzt früher vielleicht tatsächlich so das Bild hatte von einem gütigen Großvater im Himmel, eher so dieser Art, ist das jetzt mehr so eine Seinsqualität von Barmherzigkeit oder so. Also es ist nichts, was einmal feststeht, sondern was sich wirklich verwandelt. Und auch der Kontakt mit dem Buddhismus ist bei mir auch so gewesen, dass es auch was verändert hat. Also ich glaube, das hat man nicht einmal so fest. Was mögen Sie an Ihrer Arbeit, Christina Marleen? Ich mag die Intimität, tatsächlich auch diesen, also die Verletzlichkeit, die dann entsteht, wenn man sich öffnet. Der sexuelle Raum ist ja ein ganz starker Raum, aber eben auch ein verletzlicher Raum. Das ist ein Ort, wo man sich öffnet. Also diese Öffnung genieße ich sehr, weil sie so ehrlich ist und direkt. Ich habe das Gefühl, mit etwas sehr Wesentlichem zu tun zu haben, mit meiner Alltagsarbeit. Öffnen Sie sich dann selber auch so? Klar, das ist schon auch Teil davon. Also auf eine Art ist aber, also da sind wir wieder bei diesem, es ist so eine Form von Empathie, ist ja auch immer eine Öffnung. Also jede Form, wo ich Mitgefühl habe, da öffne ich mich. Und das ist auch eigentlich eine, das ist lustiger, weil das ist ein Spruch, den ich eher in einer Gemeinschaft gefunden habe, wo ich eine Zeit lang gelebt habe. Aber die haben immer gesagt, Vertrauen schafft man, indem man sich öffnet. Und das ist irgendwie was, davon hat man, haben beide Seiten was. Ja, mit Nähe und ganz nah dran sein an wesentlichen Dingen, das kann ich auch so sagen, dass das auch etwas ist, was mir in meinem Beruf Freude macht. Und weshalb ich den auch gewählt habe. Ich habe da sehr viel mit schönen Dingen zu tun oder mit menschlichen Gefühlen von Hoffnung. Ja, denn darum geht es ja, also was können wir, was können wir vermitteln, was Hoffnung stiftet oder den Menschen das Gefühl gibt, so wie du bist, bist du richtig, so bist du Gott gewollt. Bei unseren kurzen Formaten, die wir jetzt fürs Radio machen, die sind ja sehr kurz, da findet jetzt ja nicht ein direkter Kontakt zu den Hörern statt. Die Möglichkeit gibt es auch, also wir haben auch Kontakt danach dann irgendwie über Facebook oder über das Telefon, man kann Kontakt aufnehmen. Aber oft ist es so, dass man das einfach im Alltag was gesagt bekommt. Und trotzdem ist es so, dass das ganz nahe dran ist. Das Radio ist ja ein sehr nahes Medium, so dass man wirklich morgens mit den Leuten aufwacht, sozusagen mit den Moderatoren. Und so erlebe ich das auch, dass es nahe ist und intim ist. Aber bei mir ist es eben so, dass einfach eine andere Gabe, sage ich jetzt mal, dass bei mir eben die Sexualität nicht mit drin ist, sozusagen. Und was gefällt Ihnen nicht in Ihrem Beruf? Gibt es etwas, wo Sie sagen, so, oh, damit habe ich es schwer? Also das mag sich jetzt ein bisschen überraschend anhören, aber das, was ich nicht mag, ist mein Leben als selbstständige Person, die eine wahnsinnige Bürokratie mit sich bringt. Also ich muss ja irgendwie mich vermarkten. Ich muss sozusagen am Rechner, ich muss viel mehr Zeit am Rechner verbringen, als ich das gerne möchte. Ich muss, es ist ja Steuern und Buchhaltung oder so, also das ist sozusagen dann schon, das sind eher die Teile, die ich nicht mag. Wenn ich es jetzt richtig auf meinen Beruf nochmal beziehe, ist ein Problem das Stigma. Also ich kann ja nicht, oder wenn ich auf Partys oder in normalen Tischgesprächen, wo Menschen zusammengewürfelt sind von meinem Beruf erzähle, sorgt das erstmal für Furore. Und manchmal muss ich mich fragen, mache ich das heute oder sage ich irgendwas Unverfängliches? Ja, wie wird, also machen Sie es tatsächlich manchmal, dass Sie auch in Runden, wo Sie die Leute nicht kennen, das sagen, ich bin Sexarbeiterin? Ja, das mache ich. Das mache ich. Das kommt, also ich stehe ja auch voll dazu, ich liebe diesen Beruf und ich habe auch das Gefühl, dass es Teil von sexueller Aufklärung ist, zu sagen, es gibt mich. Dieses Problem, es nicht sagen zu können, ist ja Teil von der Lebensrealität von SexarbeiterInnen oder Prostituierten, also weil damit ist verknüpft Scham und Stigma. Und das ist ein gesellschaftliches Ding und nicht deren Problem. Also es ist unser Problem, weil wir uns immer entscheiden müssen. Ja. Und wie, oder was ist eine klassische Reaktion, dass dann getan wird, nee, ich habe damit gar kein Problem oder irgendwie so, oder wenden sich die Leute ab? Also ich versuche es mir vorzustellen, ich kann es gerade nicht wirklich. Naja, also da ich ja jetzt jemand bin, die quasi, also ich kriege mehr die Reaktion, dass Menschen wahnsinnig gespannt sind und mich sehr, sehr viele Dinge fragen, was natürlich schön ist. Ja, nein, das ist ja auch schön, ich begrüße das, aber es ist nicht, es ist sozusagen manchmal auch so ein bisschen. Weltfremd. Genau das sage ich Ihnen. Es ist eben nicht selbst, es ist so nicht selbstverständlich, was jemand das macht. Und das, ja, freut mich natürlich, dass es Interesse erregt, aber manchmal hätte ich auch ganz gern so ein bisschen routinierte Form irgendwie mit meinem Berufsleben umzugehen. Und dann sagen Sie einfach, ich bin Lehrerin oder irgendwie so. Nö, ich bin Therapeutin, das stimmt ja auch. Ah, interessant, darauf kommen wir später auch nochmal zu sprechen. Ja, das ist ja keine Lüge. Jetzt sind wir schon wieder bei dem, was passiert, wenn wir auf einer Party das sagen, das geht mir auf eine andere Art und Weise tatsächlich auch so. Ja, das glaube ich. Dann kommt, also es ist auch so, wahrscheinlich ist es genauso, wenn man sagt, man ist Ärztin, dann erzählen einem alle Leute die Krankheiten. Bei Pastorinnen ist es also am Anfang auch wirklich so gewesen, dass die dann gesagt haben, oh Mensch, aber du bist doch eigentlich ganz modern. Ja, okay. Und mein Mann wurde auch total schief angeguckt, dass seine Frau Pastorin oder seine, ja, seine Freundin damals, er ist eher, er hat bei der SG Fernsburg Handel mit Handball gespielt, so ist gar echt ein anderer Typ. Und da war auch so, die dachten alle, das wäre ein Witz über längere Zeit, als er gesagt hat, erst mit der Pastorin zusammen haben die das, er ist so ein scherziger Typ und dann haben die gedacht, ach, das ist ein Witz. Das kann nicht sein, tatsächlich. Ich finde es auch interessant, weil eigentlich, also ich meine, dann sind ja auch Fantasien am Start, was seine Rolle dabei ist, weil ich ja weiß, dadurch, dass mein Opa Pfarrer war, dass die Pfarrfrau, die war ja auch eine Person des öffentlichen Lebens, natürlich nicht bezahlt, also zumindest nicht direkt bezahlt, aber quasi auch eine ganz wichtige Funktion und dann ist es ja schon unter Geschlechteraspekten sehr spannend zu wissen, was der Pfarrmann, der Pfarrgatte dann macht. Ja, Herr Pastorin, haben wir am Anfang gesagt. Wir hatten tatsächlich Glück, dass wir die, ich war ja nur in einer Gemeinde, bevor ich dann zum NDR gegangen bin und da ist es so gewesen, dass die auch sehr, sehr aufgeschlossen waren, wenig konservativ und da sind insgesamt vier Pastoren da gewesen und ich war Jugendpastorin und er lief irgendwie so mit. Also da hat sich auch niemand so besonders drum gekümmert, das ist ein sehr gemischter, bunter Stadtteil, der ist da überhaupt nicht aufgefallen. Er konnte machen, was er wollte, er konnte sich engagieren, aber musste nicht. Aber stimmt, es gab es früher wirklich ganz klassisch dieses im Pfarrhaus wohnen und dann musste die Pfarrfrau tatsächlich dann auch irgendwie den Flötenkreis leiten oder irgendwie sowas machen und zwar alles ehrenamtlich. Und es ging nicht, dass sie auch einen Beruf hatte, das ist aber tatsächlich zum Glück überholt, dieses Modell. Aha, das ist sehr gut zu hören. Ja, das ist in vielen Gemeinden zumindest überholt. Ich wollte auch noch beantworten, was ich an meinem Beruf nicht so gerne mag. Das sind, glaube ich, tatsächlich auch zum Teil Vorurteile, die es gibt, wo ich auch manchmal verstehen kann, dass es die gibt. Und im Moment finde ich es oft auch heftig, so Hate Speech im Netz. Ach wirklich, das erleben Sie dann? Ja, das erleben wir tatsächlich auch als evangelische Kirche beim NDR, wo ich mich manchmal drüber ärgere, weil es so pauschal ist und weil ich denke, oh Mann, eine direkte Auseinandersetzung hätte ich gerne, die irgendwie konstruktiv ist, aber einfach nur Beschimpfung ist einfach so destruktiv. Und ich glaube, das geht allen größeren Institutionen so, das geht dem NDR wahrscheinlich noch viel stärker so, weil da einfach viel mehr noch so reinkommt als jetzt zu uns als Kirche. Aber das finde ich oft so eher so pauschal und wenn man dann dafür irgendwie haftbar gemacht wird, was die Kirche in 2000 Jahren Kirchengeschichte gemacht hat, die evangelische, die katholische und ich weiß nicht was noch alles, dann, ja, das ist manchmal irgendwie unangenehm. Mhm, so. Dann haben wir, welche Reaktion haben wir jetzt schon gemacht, was da irgendwie ist? Welche Rolle spielt das Thema Nähe und Grenzen bei Ihnen? Oh, das spielt natürlich eine sehr große Rolle. Also das ist dann auch wirklich regelrecht, das leitet so ein bisschen über zu der Frage, was kann die Kirche lernen? Nee, da kommen wir erst später zu. Okay, gut, das sage ich ja nicht. Das hat natürlich sehr viel mit meinem Beruf zu tun. Also ich muss das immer wieder neu definieren und das ist aber auch ein ganz dankbarer Prozess, weil ich glaube, dass es mich schult darin, immer wieder zu spüren, was sind meine Grenzen und wie kommuniziere ich die? Es wird ja so viel auch im Rahmen von MeToo darüber gesprochen, dass wir das lernen müssen und unbedingt immer sagen müssen, wo die Grenze ist und meine Erfahrung ist aber, dass das ja häufig gar nicht so klar ist. Von einem selber auch nicht so klar ist. Genau. Und das ist, ich glaube, es ist viel, viel, es würde uns total entspannen, wenn das erstmal anerkannt würde, dass Grenzfindung etwas ist, wofür man ein bisschen Zeit braucht oder was irgendwie auch erstmal nachgespürt werden will und was auch veränderlich ist. Und dass das schön ist, dass man sich dieser Veränderung auch ein bisschen anheim geben kann, also dass ich das immer wieder neu erspüren kann, gibt mir ja Vertrauen in mich selbst und auch eine Kraft. Also Grenze würde dann bedeuten, wie viel Gefühl gebe ich persönlich rein, also sowas oder auf was mache ich mit sozusagen an Wünschen von Klienten? Beides. Auf jeden Fall. Weil wo sich jemand Energie holt bei mir, also es gibt ja so kleine Energiesauger, Menschen kommen manchmal mit kleinen Energiesaugetentakeln und da muss ich dann ganz klar irgendwie sagen, ah, hier nicht, hier kannst du dich jetzt mal gerade nicht andocken. Und das ist manchmal emotional, das ist manchmal… Im Job jetzt? Ja, im Job. Klar. Also in Sessions passiert das, passiert auch in Workshops, auch wenn ich natürlich Lehrende bin, passiert das. Und da muss ich dann immer wieder mein inneres Schild rausholen und sagen, hier mal bitte nicht andocken. Und das kann psychisch sein, das kann intellektuell sein, das kann aber auch einfach körperlich sein. Und ist Ihnen das schon mal passiert, dass Sie sich in Ihrem Job verliebt haben tatsächlich oder dass Sie gemerkt haben, oh, da müsste ich aufpassen, da könnte ich mich jetzt verlieben? Passiert das? Das ist jetzt auch eine Klischeefrage, aber ich bin trotzdem… Nö, nö. Nee, gar nicht so sehr. Es ist mir umgekehrt schon passiert auch. Also, genau. Und da muss man dann einfach so einen ganz diplomatischen Weg finden, um das wieder abzuwenden. Umgekehrt, das sollte sich in Sie dann verliebt haben. Ja, weil so viel möglich ist bei Ihnen dann in dem Raum. Genau. Ich würde das einfach eine Projektion nennen. Also, weil ich eben diesen Raum eröffne, in dem all das plötzlich möglich ist, was so traumhaft ist und was vorher irgendwie nicht ging oder nicht zu gehen schien. Und weil Sie auch nicht überall dreckige Socken rumliegen lassen und sowas. Ja, das meine ich mit Projektion. Also, es gibt diesen Raum und der ist dann so… Und dann wird das so ausgeweitet und auf meine Person projiziert. Und klar wissen die nicht, wie ich bin, wenn ich aufwache oder so. Das ist halt so. Grenzen spielt bei mir auch eine Rolle. Also, vor allen Dingen für die Gemeindepastoren oder Pastoren ist es natürlich auch wichtig, weil die in der Gemeinde leben. Viele Leute da auch wirklich direkt um sie herum leben, die sowohl Freunde als auch Gemeindemitglieder sind. Da muss man irgendwie schon was finden. Für mich jetzt beim Radio, ich habe das gemerkt einmal, als ein Kind von mir gesagt hat, Mama, ich möchte nicht, dass du über mich redest im Radio. Oh, wow. Du musst mich bitte fragen davor. Wow. Und dann habe ich auch gedacht, stimmt, das muss ich eigentlich. Ich fand, das war eine rührende Geschichte. Ich würde keine Fotos von meinen Kindern im Netz zeigen. Und ich erwähne auch die Namen nicht. So, das ist ganz klar für mich. Aber dass das so deutlich kam, da habe ich auch gedacht, okay, da geht es auch um Grenzen. Oder wie viel Persönliches kann ich wirklich eigentlich erzählen. Und gibt es nachher eine Differenz zwischen dem, was bin ich als Privatperson und was sind dann die Geschichten, die ich im Radio erzähle. Aber da merke ich auch, das ist auch nicht so starr. Genauso wie bei Ihnen eben auch. Da bewegt man sich auch mal einen Schritt nach vorne und denkt dann so, oh, also einmal sagte dann auch eine Mitarbeiterin, ihr armer Mann oder so. Dein armer Mann, der kriegt auch einen mit. Da hatte ich irgendwas dann erzählt von ihm. Was für mich ganz klar ist, in dem Moment hörte sich das tatsächlich ein bisschen Slapstick-mäßig auch an. Aber da muss man, genau, das ist ein Austarieren, wo man guckt, wie weit geht es. Und ich habe tatsächlich gedacht, dieses habe ich mich schon mal verliebt. Da war meine erste Reaktion. Und ich hatte die Frage ja eigentlich an Sie geschrieben. Und dann dachte ich, wie ist es mir eigentlich gegangen? Das habe ich mich auch gefragt. Mein erster Impuls war jedes Mal, wenn ich irgendwie Babys segne. Ach, also so tatsächlich, habe ich gedacht. Na klar, wenn man, also ich glaube, man kann, wenn man jemanden gesegnet hat, eigentlich hat man dann eine besondere Beziehung zu der Person danach tatsächlich. Das finde ich total schön. Also das finde ich wirklich schön. Eigentlich ja. Oder auch tatsächlich zu den Menschen, die ich beerdigt habe, auch. Also weil man ganz nah dran ist natürlich so. Verliebt natürlich dann jetzt nicht so im erotischen Sinne, aber ich glaube, das passiert häufiger auch in Gemeinden, dass es mir jetzt noch nicht passiert. Aber ich kann mir vorstellen, dass es schnell passiert. Einfach, weil man sich sehr öffnet und wirklich über ganz wesentliche Dinge spricht. Na klar, ne? Aber das finde ich wirklich spannend, weil ich meine, das würde ich natürlich von meiner Arbeit schon auch so bezeichnen. Also ich baue schon eine sehr intensive Beziehung auf in dem Moment. Und die ist jetzt ja auch nicht unecht. Also das ist ja wahr. Und trotzdem würde ich es aber wahrscheinlich nicht verlieben nennen. Also verlieben ist ja was, wo ich mich auch in dem Wort verliere ja auch so ein Stück. Also das ist zumindest das, was mir in meinem privaten Leben schon passiert ist. Wenn ich mich verliebe, bin ich out of center. In einer schönen Form. Aber das ist, und das, würden Sie das dann so sagen, dass ich, würden Sie das dann? Nee, das ist mehr so, wie dass man sich einer Person vertraut gemacht hat auf eine Art und Weise und deshalb eine besondere Form der Beziehung danach irgendwie behält, aber ohne Anspruch. Auch bei meinen Konfirmanden, die ich so gesegnet habe. Das ist ja nun schon längere Zeit her, weil ich jetzt ja wirklich lange schon jetzt bei der evangelischen Kirche beim NDR bin. Aber das ist schon so, dass ich die vor Augen habe. Und wenn ich denen begegne oder sowas, dann auch manchmal, oder ich möchte dann wissen, was die auch machen oder sowas. Also jetzt nicht, dass ich an denen klebe und irgendwie immer wissen muss, was die machen. Manche sind jetzt auch schon ganz weit weg oder schon ganz groß und so. Aber wenn man sich so geöffnet hat und vielleicht tatsächlich so denen Gottes Segen gegeben hat, die werden einem nicht mehr egal sein. So vielleicht. Absolut. Damit kann ich viel anfangen, ja. Ja, ohne Anspruch vielleicht. Wenn man sich jetzt sonst, also wenn man sich jetzt verliebt, dann ist ja oft ein Beziehungswunsch so dahinter und auch ein Wunsch für sich selber. Und das ist jetzt nicht so. Also es ist mehr mein Denken an die, aber nicht, dass die jetzt irgendwas machen müssen, um mich irgendwie froh zu machen oder sowas. Ich habe jetzt noch eine Reihe an Fragen für Sie und danach sind Sie dran. Wir können sie auch abwechseln. Genau, wir können uns abwechseln. Genau, das ist uns auch eine gute Idee. So machen wir das. Ich habe als erste Frage eigentlich, also was geben Sie im Job und was geben Sie nur privat? Oh ja, das ist ja eine große Frage. Also ich glaube, dass so Qualitäten wie, ja, ich habe es eben schon gesagt, Empathie und auch, also körperliche Nähe ist, glaube ich, eine Form der Ausrichtung. Also ich bin einfach, ich habe eine andere Haltung, wenn ich professionell bin. Also ich kann die vermieten. Das ist, wir kommen da immer noch ganz gerne dazu zurück, wie der Psychotherapeut oder die Psychotherapeutin, die in ihrem Herzen wie so einen Parkplatz, also gibt es einfach in diesem Herzen einen Teil von Parkplatz, der eben für Klienten ist. Und diese Formen der Begleitung oder so, die sind trotzdem wie in einer echten Beziehung, aber sie sind vermietet. Und das mache ich in der Sexarbeit auch. Ich kann sozusagen auch meinen Körper oder auch meine eigene Lust vermieten, ohne dass ich das Gefühl hätte, ich bin irgendwie, also ich kann das, ich kann es gar nicht genau benennen, aber ich kann es super gut trennen. Also wann ich Privatsex habe und wann ich sozusagen kommerziell Sex anbiete. Aber von der Qualität her, von den Gefühlen her, würden Sie sagen, die sind trotzdem gleich? Nein. Weil ich ja mit dem Menschen, mit dem ich eine Beziehung habe, da sind ja ganz andere Aspekte drin. Also Beziehung bedeutet ja auf Augenhöhe, sich durchs Leben zu begleiten. Und Sexualität ist da ein Teil davon. Aber das macht auch die Gefühle beim Sex anders. Aber trotzdem, Gott, nicht, dass ich mich jetzt verhaspele. Ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Können Sie noch mal was fragen? Ob die Gefühle, also sozusagen von der, also Empathie haben Sie in beiden Fällen? Und Sie können, also vom, ist das so von der... Nee, ich kann es genau sagen. Der Unterschied ist, dass ich, das, was Sie eben gerade gesagt haben mit ich, es ist nicht der Anspruch, dass ich hier was bekomme. Also in dem Sinne, dass ich da jetzt... Da geben Sie nur das wirklich geben und nehmen dann in der privaten... Genau. Ich würde gar nicht sagen, dass ich nicht nehme in diesen Sessions oder in professionellen Kontexten, auch emotional wie körperlich. Aber es hat diesen Rahmen, also es ragt nicht rein in das, was ich sozusagen, ich denke an die dann nicht später. Oder habe das Gefühl, jetzt müsste ich die Person anrufen danach, wenn es mir mal schlecht geht oder so. Das bleibt außen vor, darum geht es nicht. Aber Sie brauchen dann Partnerschaften, die das integrieren können, dass Sie diese Form wählen. Ja, das auf jeden Fall. Haben Sie das schon erlebt, dass Partnerinnen oder Partner das schwierig fanden? Eine meiner ersten Beziehungen, auch eine wirklich glückliche Beziehung, ist daran gescheitert. Das war lustigerweise auch so ein bisschen wirklich mein Coming-out als Sexarbeiterin. Ich habe nämlich damals gedacht, okay, dann lasse ich das. Also da hatte ich so angefangen damit und fand das so vielleicht mal ganz abenteuerlich. Aber war noch nicht so ganz sicher, was das für mich heißt. Und dann habe ich gesagt, ich lasse das. Und dann habe ich festgestellt, dass mir wirklich wesentlich was fehlt. Also dass ich das wirklich gerne mache. Das war für mich regelrecht erstmal auch sehr irritierend. Ich konnte das einzuordnen und zu sagen, okay, das ist offensichtlich eine Form von Berufung von mir, dass ich auch sexuelle Nähe mit fremden Menschen gut machen kann und es gerne mache. Das war für mich nichts, was erstmal spontan in mein Selbstbild gepasst hat oder schon immer dort vorhanden war. Und ich habe dann, diese Beziehung ist kaputt gegangen. Ich habe weiter meine Sexarbeit gemacht und bereue das bis heute nicht. Und ich habe jetzt nur noch Menschen, die das gut integrieren können. Ich glaube, wenn das so wesentlich zu Ihnen mit dazugehört, zu Ihrer Person. Wie schützen Sie sich vor Übergriffen, also auch vor emotionalen Übergriffen? Das hatten wir im Grunde genommen eigentlich schon. Körperlich? Also klar. Oder hat es da schon mal sowas gegeben, wo Sie gemerkt haben, das ist mir tatsächlich jetzt zu gewalttätig in diese Richtung. Und Sie sagen, nee, das passt nicht. Also jetzt ist Schluss hier. Also ich bin ja dadurch, dass ich meistens quasi eine aktive Rolle habe, passiert das einfach nicht so oft. Wenn Menschen mich auch berühren wollen, dann braucht es dafür schon noch ein bisschen mehr Absprache. Und ich habe da meine Tools, wie ich Grenzen setze. Und die haben auch bisher alle respektiert. Ich habe natürlich den Vorteil, oder wir haben überhaupt in Deutschland den Vorteil, dass noch Sexarbeit legal ist. Was bedeutet, dass ich eine ausführliche Webseite habe, mich öffentlich äußern kann, so wie jetzt, und auch meine Grenzen schon im Vorfeld artikuliere? Wäre ich, und das antwortet so ein bisschen implizit immer die Frage, müssen wir nicht Sexarbeit verbieten? Also verbieten, wäre Sexarbeit verboten oder wäre auch Sexkauf verboten? Also könnte ich das nicht tun, dann müsste ich irgendwo illegal versteckt irgendwie arbeiten und so ganz unter der Hand versuchen zu sagen, dass ich das auch mache. Ich könnte nicht irgendwie vorher sagen, was meine Limits sind oder ich könnte es nicht artikulieren. Ich könnte mich auch danach an keine Polizei wenden, wenn wirklich Übergriffe stattfinden. Und so, ja, also insofern ist jede Form von Kriminalisierung gefährdend für SexarbeiterInnen. Schützen müssen Sie manchmal auch Ihre Klienten schützen? Also haben Sie das erlebt, dass Sie gemerkt haben, nee, was derjenige jetzt da fordert oder was er sich antut, das ist tatsächlich selbstzerstörerisch und dann möchte ich eigentlich einen Stopp setzen? Oder sagen Sie einfach, nee, das ist dann Aufgabe eines Therapeuten oder wie auch immer so, das ist hier jetzt Job? Also ich habe persönliche Grenzen in dem, was ich mache, gerade im BDSM-Bereich. Da gibt es so ein paar Sachen, die gefallen mir nicht oder da würde ich, wenn ich merke, ich mache irgendwas, was mir nicht gut tut, auch als aktive Person mache ich es nicht. Und das ist ja dann meistens damit übereinstimmend, also mit genau diesem Gefühl, was Sie jetzt schildern, oh, ich glaube, das hier ist nicht gut, das würde ich dann einfach nicht tun. Und ich würde es vielleicht auch kommunizieren und der Person anheimstellen, was sie damit macht. Das geht wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung, was ich jetzt frage. Erleben, also nicht nur jetzt in dem Bereich jetzt irgendwie, was masochistisch oder sowas sein könnte, sondern auch erleben Sie das manchmal, dass Sie das Gefühl haben, dass die Person jetzt zu mir kommt, ist eigentlich gar nicht das Richtige, sondern die sollte das in der Partnerschaft klären? Oh, in der Partnerschaft, witzig, ich habe gerade gedacht, die sollte zu einer anderen Kollegin gehen, die genau das anbietet. Ach so, ja. Das wäre jetzt meine Antwort, weil das passiert natürlich. Ich habe manchmal Anfragen, wo ich denke, ach nee, ich weiß hier die Lady so und so, die macht das super, das ist nicht so mein Ding, dann leite ich die weiter. Aber mit der Partnerschaft. Ja, dass Sie wirklich merken, oh, da kommt jemand, der hat da eigentlich irgendwie ein Thema mit, das müsste er anders oder sie anders bearbeiten. Nö, die sind dann bei mir ja richtig. Also man hat immer dann irgendwie dieses Bild, Sexualität sei etwas, was zwischen zwei Menschen stattfindet, was natürlich stimmt. Das ist erst mal das, was man, das stimmt ja auch. Nee, muss es ja nicht, das meine ich jetzt. Aber gleichzeitig ist sozusagen das Sexuelle erst mal an die Person gebunden. Und wenn jemand irgendwie das Bedürfnis hat, sich zu erforschen und tut es bei mir, dann kann die Person das ja mit dieser neuen Erfahrung und diesem, man kann es Lernen nennen oder einfach nur Horizonterweiterung, das natürlich dann auch in die eigenen Beziehungen tragen, wenn sie dazu bereit ist oder das möchte. Ja, ich dachte jetzt mehr, ob Sie schon mal das Gefühl hatten, nee, jetzt ist es eigentlich nicht angemessen, da ist was ganz anderes dran. Derjenige sollte eigentlich trauern oder sowas, der ist eigentlich ganz traurig oder die ist eigentlich ganz traurig. Ja, aber Trauer kann ja auch mit der Sexualität in Verbindung sein. Also das finde ich zum Beispiel sehr interessanten Gedanken, warum man glaubt, dass Menschen, die trauern, keinen Sex haben könnten. Nee, ich meine, Trauer ist ganz oft eine Reaktion, ich meine, Sex ist ganz oft eine Reaktion auf den Tod, weil es so vital ist. Das meinte ich damit auch nicht. Ich meinte mehr, ob Sie in irgendeinem Kontext, ich wollte jetzt nicht sagen, dass es jedes Mal so ist, aber ob Sie schon mal erlebt haben, dass Sie gemerkt haben, nee, der Person würde eigentlich was anderes jetzt gut tun oder da müsste jetzt eigentlich eine Grenze sein. Nee, das kennen Sie so nicht. Nee, weil ich glaube, das liegt aber auch daran, dass ich ja sehr, sehr ganzheitlich arbeite. Also bei mir in diesem Raum findet ja eh statt, alles statt. Bei mir weinen Leute, bei mir lachen Leute, bei mir erzählen Leute viel, bei mir haben Leute Orgasmen. Also das ist sozusagen, das ist ja auch mein Wunsch, dass sozusagen das Sexuelle einfach Teil ist von Menschlichkeit. Und ich ja, da ich über den Körper arbeite und im Körper, sind eben diese Gefühle drin, also sind alle möglichen Gefühle drin. Ich weiß nicht, wie viele Menschen schon, das ist vielleicht sogar Ihnen schon mal, mir ist es auf jeden Fall schon passiert, dass ich während oder nach dem Orgasmus geweint habe, einfach weil sich etwas lösen kann. Das kann man manchmal noch nicht mal zuordnen. Oder man eben in Gelächter, also diese Gefühle sind ja im Körper gespeichert und können durch Lust und durch Sex auch ein bisschen erlöst werden häufig, wenn es in der bewussten Form passiert. Spielt das Thema Treue und feste Partnerschaft dann ein, das rutscht hier die ganze Zeit runter, ne? Spielt das Thema Treue und feste Partnerschaft dann als Thema eine Rolle? Also kommen Leute und sagen, ich gehe im Grunde genommen gerade fremd? Oder ist das sowieso für die Leute, die zu Ihnen kommen, sowieso schon klar, dass sie einfach ein offeneres Verständnis von Partnerschaft dann haben? Also das, ähm. Oder wie stehen Sie dazu überhaupt? Ja. Zu diesem Modell. Zu dem Modell, ja. Zu dem Modell Treue und Partnerschaft. Also ich meine, schön, dass ich es jetzt Treue und Partnerschaft nenne, weil ich tatsächlich ja auch ein bisschen vorbereitet war auf das Thema Ehebruch. Ja. Und da möchte ich natürlich niemanden zu nahe treten oder persönliche Gefühle verletzen, aber von dem Konzept Ehe halte ich wirklich leider gar nichts mehr. Also ich finde es eher empörend, dass immer noch diese völlig rückständige Form, eine Form des Zusammenlebens so zu subventionieren und so einer Sonderstellung eben auch im bürgerlichen Gesetzbuch zu geben, das finde ich also angesichts heutiger Familienmodelle total veraltet und restauriert ja auch oder also macht ja immer wieder auch diese Geschlechterverhältnisse total fest. Also die Ehe war ja einfach auch eine Form, Frauen zu unbezahlter Hausarbeit und auch Sexarbeit übrigens zu verdonnern über Jahrhunderte. Also das kann ich überhaupt nicht mehr unterstützen. Und ich bin dafür natürlich, dass Kinder oder dass es sozusagen Unterstützung gibt für Menschen, die Kinder großziehen oder Kinder bekommen. Aber selbst das gewährleistet die Ehe ja nicht. Also solange es noch Ehegarten-Splitting gibt, bin ich kein Fan der Ehe. So kann ich es vielleicht zusammenfassen. Und ich bin aber schon auch ein Fan von tragfähigen Partnerschaften. Ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn sich Menschen dafür entscheiden, dass die monogam sind. So kann ich es vielleicht formulieren. Das hätte ich jetzt auch gedacht mit der Ehe, dass sie das einfach als ein Modell sehen, was sozusagen neben anderen Modellen steht. Ja, auf jeden Fall. Also dann stören sie sich nicht daran, dass Menschen sagen, wir möchten gerne zusammenbleiben und zwar unser Leben lang, sondern sie stören sich daran, dass diese eine Form im Staat so subventioniert wird, sondern sie es ausgedrückt. Ja, das ist total ungerecht. Das manifestiert strukturelle Ungleichheit. Daran ändert auch nichts, dass es jetzt die Ehe für alle gibt. Also solange sozusagen, ich meine, im Familienrecht, im Erbrecht, im Sozialrecht. Ich muss sogar, wenn ich eine Lebensversicherung abschließe und ich möchte eine andere Person als die, mit der ich verheiratet bin, oder wenn ich unverheiratet bin, beerben, muss ich extra zahlen. Also Familienrecht, das ist alles so statisch an dieser monogamen, heterosexuellen Zweierbeziehung orientiert. Das macht mich wahnsinnig. Nicht mehr nur hetero. Ja, aber es macht keinen Unterschied. Also weil Familienmodelle sind heute nun mal anders und Bindungen sind auch anders. Dass sich sozusagen diese eine Form irgendwie so etabliert und auch weiter subventioniert wird, finde ich schlecht. Das Finanzielle sozusagen. Das Finanzielle, das Rechtliche, also die ganzen. Ja, vom Staat, das sozusagen vom Staat ausgeht. Okay, das verstehe ich. Also ich meine, ich verstehe. Und auch Familien- und Sorgerecht, wenn jemand krank wird. Also dass sozusagen alles, was nicht familiär gekittet ist, hat kein Recht. Also man hat ja kein Recht, zu den Leuten zu kommen, mit denen man sich nicht verheiratet ist oder mit denen man nicht verwandt ist. Und dass angesichts dessen, wie Beziehungen wirklich stattfinden oder wer wem nahe ist oder wer wen unterstützt, wird das dem einfach nicht gerecht. Und es ist ja vor allem der Vielzahl sozusagen. Ja, der Vielzahl. In der Wirklichkeit. Ja. Und es sorgt dafür, dass eben, ich sage nochmal Ehegattensplitting. Also das sorgt dafür, dass Ehegattensplitting sorgt dafür, dass es attraktiv ist, dass eine Person zu Hause bleibt und nicht verdient. Und das ist meistens die weibliche Person, die Kinder versorgt. Das ist nun mal einfach so. Okay, das ist doch ein Riesending. Okay, ich sage was dazu, dass ich das trotzdem gut finde, wenn Menschen sich füreinander entscheiden und auch committen für Beziehungen. Und das machen Menschen auch, manche Menschen auch mit mehreren Menschen. Also darauf möchte ich hier nur hinweisen. Das ist auch in Ordnung. Also dass man das mit mehreren Menschen machen kann. Polyamor lebt. Für mich wäre das zu anstrengend, so, aber bezogen auf meine Arbeit, das würde ich niemals als Ehebruch oder Hintergehen beschreiben. Weil das gehört zu dem sexuellen Selbstbestimmungsrecht eines Menschen, dass er sich bei mir eine Erfahrung holt. Und was er damit in seiner Beziehung macht, der kann sich, also ob man sich auf Beziehung einlässt, das ist wie eine andere Frage. Okay, dann verstehe ich Ihre Haltung dazu. Wir kommen zurück zum Thema Gott. Aber darf ich Sie trotzdem jetzt auch mal was fragen? Nein, ich wollte, genau. Wir haben es jetzt einfach durchgezogen. Ja, ich merke schon, ja, ja. Wir haben es einfach durchgezogen. Dann kann ich mich gleich entspannt zurücklegen und kann Ihre Fragen beantworten. Wer oder was ist Gott für Sie? Und haben Sie Gott schon mal bei der Arbeit erlebt? Ich bin einfach nicht gottgläubig in dem Sinne, dass ich an diesen bärtigen Opa in den Wolken glaube. Das kann ich einfach nicht. Also das ist... Aber was können Sie? Also das mit dem bärtigen Opa haben wir ja sonst auch nicht mehr so. Ja, gut. Ich bin schon spirituell. Ich habe auch eine klare spirituelle Anbindung. Sonst könnte ich diese Arbeit nicht machen. Das ist interessant. Und ja, also das speist sich schon aus einer Praxis, also eine Praxis von gelebtem Mitgefühl. Also, ja, liebevollem Mitgefühl. Und glauben Sie, dass es eine Instanz gibt, woher wir kommen und wohin wir zurückgehen? Das ist ganz lustig, dass mich das eigentlich gar nicht so sehr interessiert. Und mich interessiert wirklich eher, wie ist der Kraftzirkel im Leben? Also sozusagen, während ich lebe, generiere ich Energie und das kann ich spüren. Die geht auch über mich hinaus. Ich hole mir die von irgendwo, aber das bin ich nicht. Und die kann auch durch mich durchfließen. Also das merke ich insbesondere in der Arbeit. Ich habe ja, ich habe irgendwie eine Form, ich nenne es manchmal Channeln oder so. Ich kriege mit, was jemand braucht und ich kann das geben, ohne dass ich das persönlich gebe. Das hole ich mir von woanders. Und das glaube ich, das ist irgendwie so wie, deshalb auch dieser Satz, den ich ja ausgewählt habe, die Heilige weidet mich oder der Herr ist mein Hirte. Also, dass für uns gesorgt ist. Es gibt genug. Es gibt für alle irgendwie, also eigentlich ist ja schon ein interessantes Wort, aber es gibt diese Liebe, wahrscheinlich ist es Liebe, ist sowas wie bedingungslose Liebe, die existiert, an die glaube ich. Und an die kann ich mich ankoppeln. Das ist vielleicht das, was ich verkürzt sagen kann, ja. Das hat tatsächlich eine große Parallelität, ne, zu Segen eigentlich auch, würde ich sagen, so mit Channeln, da gibt es durchaus Berührungspunkte. Da sind Sie bei Ihren Fragen. Ja. Jetzt dürfen Sie mich fragen. Also, und meine erste Frage war so ein bisschen tatsächlich das mit dem bärtigen Opa. Weil ich mich immer frage, ich glaube, ich habe mich immer daran gerieben, an dieser Trias, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und ich habe gedacht, das ist wirklich der ultimative Männerbund. Was soll mir das denn jetzt sagen? Und das würde ich jetzt gerne mal, weil ich erlebe Sie ja auch als sehr moderne, progressive Person, wie eigentlich der Glaube dann aussieht in Ihnen drin. Also, was visualisieren Sie, wenn Sie zum Beispiel beten oder so? Wie sieht das aus? Ist das eine Person oder? Also, erst mal Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist ja die Trinität. Das ist eigentlich ein theologisches Modell, um deutlich zu machen, dass Gott drei Seiten hat oder drei Seinsformen nach dem christlichen Glauben. Schöpfergott, Jesus Christus und dann heilige Geistkraft, die aber oft auch tatsächlich deshalb jetzt auch schon wegen Männerbund, dass es so maskulines auch anders übersetzt wird, dann eigentlich der Geist im Alten Testament ist eigentlich auch, Uach ist eigentlich auch eine feminine Form. Also, deshalb besetzt man auch Geistkraft. Für mich, ich bete nicht zur Trinität. Das kann ich irgendwie ganz klar so sagen. Ich bete auch tatsächlich wenig zu Jesus Christus. Da komme ich auch nicht aus so einer Tradition her, sondern zu Gott. Und es ist auch mehr ein Ausrichten zu einer Seinskraft eigentlich. Ich habe nicht jetzt irgendwie einen alten, bärtigen Mann vor Augen. Ich glaube, ich habe sowieso nicht wirklich was vor Augen, sondern mehr ein Ausrichten zu einer Qualität hin vielleicht tatsächlich. Qualität von Barmherzigkeit oder von Liebe und Annahme. Oder ein Hinhören passiert, ist das eigentlich für mich auch eher im Gebet. Also wirklich auch in die Wahrnehmung, auch die Körperlichkeit spielt eine große Rolle bei mir. Ah ja. Tatsächlich, also wirklich nicht jetzt irgendwie nachzugrübeln, sondern wirklich zu lassen eher und eher Ruhe zu finden und in den Körper zu gehen und wahrzunehmen. Das ist ja spannend. Ja. Das habe ich noch nicht gehört. Ja, tatsächlich. Es ist auch wirklich, also das wäre jetzt eine Frage gewesen. Eine weitere ist, wo ist der Körper in diesem Glauben? Also ich... Das spielt für mich eine sehr große Rolle. Also ich hätte jetzt auch... Es gibt so ein Vers, der kommt eigentlich aus der benediktinischen Tradition, Schweige und höre, neige deines Herzens, Ohr. Das wäre irgendwie sowas. Und der Körper spielt bei mir zunehmend immer eine größere Rolle. Weshalb ich auch mit manchen Gottesdienstformen auch eher nicht mehr persönlich so viel anfangen kann. Die sind dann für mich eher tatsächlich wie ein kultureller Event, der ästhetisch wirklich sehr schön gemacht sein kann. Aber meine eigene Spiritualität, die ist sehr stark mit meinem Körper verbunden. Ich gehe viel dann in die Kirche der Stille hier in Hamburg, die ganz viel mit Körperarbeit machen. Ach, sehr spannend. So Meditation, Tanz eine große Rolle spielt auch. Und die Sexualität, ist sie auch damit verknüpft? Die ist auf jeden Fall damit verknüpft. Also jetzt nicht in der Kirche der Stille. Wir machen das nicht institutionell sozusagen, dass wir sagen, hier in diesem Raum findet jetzt irgendwie eine sexuelle Handlung statt. Es ist tatsächlich so, dass das ausgegrenzt ist. Nicht im Sinne jetzt ausgegrenzt ist, das darf nicht sein. Aber bei uns finden in kirchlichen Räumen so weit wie ich weiß jetzt selber keine sexuellen Handlungen statt. Aber der Körper spielt insgesamt eigentlich eine große Rolle. Und wir sagen, Gott wird Mensch. Wir sagen, Jesus Christus war auch ein Mensch. Und wir sagen, der ist Mensch gewordener Gott. Also wenn man das so abgefahren mal sagen kann. Und dann hat er auch eine Sexualität gehabt. Also gibt es keinen Lebensbereich, der nicht irgendwie möglich ist, dass dort eine Gottesoffenbarung stattfindet. So, auch die Sexualität ist inbegriffen. Die Frage ist nur, was ist eine Gottesoffenbarung? Und die würden wir definieren über Kriterien, die in der Bibel angelegt sind. Also nicht jeder Orgasmus ist eine Gottesoffenbarung, würde ich sagen. Spannend natürlich intellektuell, aber trotzdem hat es sich mir noch nicht erschlossen, wie das in der Praxis ist. Also erstmal würde ich es erstmal vom Intellektuellen her sagen und dann von der Praxis her. Also vom Intellektuellen würde ich sagen, alle Lebensbereiche gehören mit dazu. Also Gott offenbar kann sich in allen Lebensbereichen offenbaren. Ich finde es, für mich persönlich ist es krasser, die Vorstellung, dass Gott auch im Tod ist, als dass er auch im Sex ist. Weil in allen Naturreligionen spielt Sexualität und Potenz auch eine große Rolle. Deshalb die Frage ist eher, wenn er sich offenbart oder woran erkennen wir, dass er sich offenbart? Also es kann sich ja alles Mögliche offenbaren, aber woran merken wir, dass sich da Gott offenbart? Und da gibt es Kriterien sozusagen im Christentum. Und die Kriterien messen wir an Jesus Christus. Also wenn sich Liebe in einer barmherzigen Art und Weise offenbart oder Liebe, die auch Krankes heil macht oder die niemanden ausschließt, sondern einschließt. Liebe, die stärker ist als der Tod. Das sind alles so Kriterien, die man am Leben von Jesus Christus festmachen kann. Die Kriterien dafür sind, ob etwas eine Gottesoffenbarung ist. So würde ich das definieren. Spannend. Und das kann sich natürlich im Sex stattfinden. Das kann natürlich im Sex stattfinden, aber auch in ganz anderen Lebensbereichen. Aber wir würden eben nicht sagen, an sich ist, also im christlichen Glauben würden wir nicht sagen, Sex an sich ist sozusagen, diese Potenz alleine ist sozusagen jetzt Gottesoffenbarung. Spannend. Also es braucht eine Art moralische Rechtfertigung. Also Lust an sich. Nee, nee. Nee, nee. Okay, nein, nein, nein. So würden wir das nicht sagen. Naja, okay, gut. Nee, das ist schon. Ich nehme das zurück. Nee, das ist schon. Die Natur und alles ist von Gott geschaffen. Aber was ist dann mit Solosex? Also was ist sozusagen Masturbation? Kommt, je nachdem. Aber was, also... Da würde ich mir nicht anmaßen, dass ich entscheiden kann, was jemand jetzt mal beim Masturbieren erlebt, sozusagen. Da geben sie mir eine Rolle, die ich mir selber jetzt nicht nehmen würde. Also ich würde tatsächlich unterscheiden zwischen Naturreligion und dem Christentum. Unterscheiden zum Beispiel, also ich gebe ein ganz konkretes Beispiel. Ich hatte als Examensthema Neopaganismus, also das neue Heidentum. Und da habe ich eine Religion untersucht, die heißen Wickerhexen. Und da spielt ritueller Sex auch eine große Rolle. Und glaube ich auch als Offenbarungsquelle. Und zum Beispiel, das würde ich sagen, also das ist irgendwie, glaube ich, nicht christlich an sich. Spannend, weil mit sowas kann ich mich sehr gut verbinden. Also ich habe das Gefühl, dass sozusagen so rituelle Sexualität sehr, sehr spirituell sein kann. Spirituell bestimmt, aber das würde ich auch nicht abwerten. Aber es ist keine... Aber wäre vermutlich... Nee, wäre nicht... Nicht keine christliche Gotteserfahrung. Nee, wir würden das... Kommt drauf an, was die Menschen, glaube ich, dabei erleben. Ich würde es mir nicht aneignen, das so zu sagen. Für mich sind das die Kriterien, dass ich sage, das hat was mit Barmherzigkeit zu tun. Eine Gottesoffenbarung... Ich würde sagen, nicht jeder Orgasmus ist eine christliche Gottesoffenbarung. Auch nicht genauso wie, man kann in die Natur gehen und kann dort eine Gottesoffenbarung erleben. Aber neulich habe ich mal vom Professor gehört, der sagte, nicht jedes Eichhörnchen ist eine Gottesoffenbarung, was dahergesprungen kommt. Und das soll auch nicht irgendwie bewertend jetzt sein, weil wenn jemand eine Wickerhexe sein möchte, kann die Person eine Wickerhexe sein. So, das hat jetzt auch nicht was mit moralisch... Mit moralisch hat das nicht was zu tun. Naja, wenn man sozusagen Spiritualität so definiert als achtsames Sein, dann kann ich was damit anfangen. Dann würde ich sagen, kann auch Sex ein Teil von Spiritualität sein. Also einfach ein achtsames Sein. Und das kann man ja überall sein. Also man kann ja überall genau dem nachspüren. Oder wie auch in der monastischen Tradition oder in Klöstern gesagt wird, ora et labora. Also alles, was getan wird, kann man auch als eine Form von Gebet sehen. So kann ich mir auch vorstellen, dass das so sein kann. Aber das ist tatsächlich, ich kann hier viel erzählen, das ist wirklich dann der Unterschied auch zwischen Idealvorstellung und zu dem, wie es wirklich ist. Und ich glaube tatsächlich, das unterscheidet uns, glaube ich wirklich, dass ich erstmal nicht, das finde ich eigentlich auch interessant aber und spannend und reizvoll auch, zu sagen, dass es eine Form von Gottesdienst ist, habe ich so tatsächlich noch nicht. Also ich finde es ganz spannend, weil ich wirklich gerade gedacht habe, also wenn, ich rede ja jetzt sozusagen nicht von Gott, aber wenn ich sagen würde, diese göttliche Essenz oder was ich für meine Spiritualität, dann bin ich der im Sex sehr nah. Natürlich macht es einen Unterschied, das würde ich auch sagen. Also da sind sich ja auch sozusagen die tantrischen Traditionen recht ähnlich. Also dass es eine Form von Bewusstheit auch braucht. Also Sex kann wie jedes andere, ich nenne es jetzt mal Genussmittel, auch einfach gierig machen oder man fühlt sich danach noch unbefriedigter. Also die Frage nach genährtem Sex oder wann ich mich, wann ich mich, das Gefühl habe, ich habe Kontakt gehabt, ich habe wirklich Kontakt gehabt jetzt gerade. So beseelter Sex sozusagen im Sinne. Wahrscheinlich würden Sie es so nennen und ich nenne es vielleicht anders, aber sowas, wo ich das Gefühl habe, ich bin jetzt wieder angekoppelt. Ja, zurückgebunden. Genau, da würde ich auch selber Unterschiede machen, aber ich würde halt zum Beispiel jetzt auch gar nicht denken, ich würde das von der Person verlangen. Also ich könnte das im Solosex haben oder ich könnte es mit jemand anders haben, aber der Sex an sich ist wie unabhängig. Also der gehört ja erst mal mir. Das heißt, ich kann diese Erfahrung machen, die mich rückkoppelt, nenne ich es jetzt mal, oder eben nicht. Und deshalb hätte das gar nicht unbedingt was mit der, also natürlich hat es was mit der Person zu tun, es ist ja auch persönlich, Sex ist ja auch persönlich, aber das Sexuelle an sich ist für mich schon ein Weg zu Gott, wenn ich ihn so nennen möchte oder sie. Ja, dann ist es irgendwie ein besonderer Weg, den Sie so für sich wählen oder den Sie auch aufweisen. Deshalb machen Sie ja dann ja auch, bieten Sie auch die Tantra-Sachen auch an. Was ich dazu sagen wollte, was ich übrigens sehr interessant fand, weil Sie ja so ein besonderes Bild auch von der Kirche haben, ich hatte eine ganz positive Erfahrung gemacht mit der katholischen Hochschulgemeinde während meines Studiums. Und da war, es war eine sehr aufgeschlossene Gemeinde und da wurden auch ganz viel Kurse in Körperarbeit angeboten, die auch zum Teil aus der Tantra-Medition, aus der Tantra-Tradition auch kamen. Und das Thema war eigentlich auch immer Weiblichkeit und auch Sexualität, wobei da jetzt nicht sexuelle Handlungen vorgenommen wurden, aber so im Vorfeld dazu, die Menschen wieder stärker in Kontakt zu bringen, einfach mit dem eigenen Körper. Nur als Ausschnitt, was sozusagen auch in kirchlichen Räumen da möglich ist, sodass da auch Bewegung drin ist. Das gibt es auch. Aber Sie haben noch mehr Fragen an mich. Ja, einiges war ja schon jetzt da drin. Ach ja, Sie haben ja auch das Thema Partnerschaft an mich gestellt und ich frage das jetzt mal zurück. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Frau zu Ihnen kommt, Sie arbeiten jetzt nicht mehr in einer Gemeinde, aber sozusagen Sie in Ihrer Funktion als Pastorin im weitesten Sinne sich eine ratsuchende Person an Sie wendet und sagt, mein Partner, meine Partnerin hat sexuelle Wünsche, die ich nicht erfüllen möchte. Würden Sie diese Person zum Beispiel zu mir schicken oder einer meiner Kolleginnen, beziehungsweise den Partner dieser Person? Würden Sie dieser Person das raten, dass zum Beispiel der Partner eine Sexarbeiterin aufsuchen kann, um nicht die Beziehung zu gefährden? Also dass die beiden schon selber auf die Idee gekommen sind oder dass ich auf die Idee komme, dass sie zu Ihnen hinkommt? Either way. Also erstmal würde ich super finden, dass Sie zu mir kommen, weil das ja ein Zeichen für großes Vertrauen ist und auch, dass Sie selber das überhaupt irgendwie ins Gespräch bringen, ist ja auch schon ein Zeichen dafür, dass Sie sich damit auseinandersetzen und das schaffen auch nicht alle Paare, dass Sie so das verhandeln miteinander. Sowas, glaube ich, ist auch schon was Gutes. Das würde ich auf jeden Fall irgendwie auch denen schon, denen auf jeden Fall auch rückspiegeln. Sowas finde ich nämlich auch wichtig, dass man dann irgendwie einfach auch merkt, was geht da schon. Ich finde, das ist eine ganze Menge schon. Ob ich die zu Ihnen hinschicken würde? Also wenn die auf die Idee kämen, würde ich das machen. Also ich würde es nicht verurteilen. Ich weiß nicht, ob ich von mir aus jetzt in der Gemeinde, also damals wäre ich nicht auf die Idee gekommen, als ich in der Gemeinde war. Ich weiß nicht, ob das nach unserem Gespräch was anderes wird. Dann kenne ich Willen. Also Sie meinen sozusagen, ob ich das mir moralisch sozusagen erlauben würde. Sie hatten ja die Frage mit dem Ehebruch. Ja. Also ist das überhaupt noch eine Kategorie auch? Das ist vielleicht eine Frage. Also wie sehen Sie denn das Thema? Also Ehebruch würde ich so definieren, wenn die nicht davon wissen. Also wenn man, es gibt ja Paare, die gestalten das so, dass sie sagen oder sogar in meinem nahen Bekanntenkreis sind auch Leute, die leben zu dritt. So und die können das so und die haben aber dann, also die sind zu dritt als Paar und haben aber trotzdem auch noch mit anderen Leuten Sex. Und die sind damit zufrieden, das gibt es. Bei mir geht auch immer ein bisschen so, muss ich sagen, so ein bisschen die Hobbypsychologin durch, dass ich denke, so kann man damit froh sein. Aber ich glaube, das ist ein Fehler. Also für mich ist es nichts und das muss man irgendwie immer wieder auch merken, dass was für mich gut ist, mich würde das komplett überfordern. Mich würde auch das überfordern, was sie machen. Aber nur weil es mich überfordert, heißt das nicht, dass ich das nicht gut für die Welt finde, dass es das gibt. Und so sehe ich das auch mit, also wenn die so leben, dass sie sagen, für mich ist das in Ordnung, mein Mann hat da Bedürfnisse und denen ich nicht nachkommen möchte, das passt nicht für mich. Aber zu denen passt das, warum nicht? Wenn die damit alle zufrieden sind, warum nicht? So, da würde ich mich nicht, also wer bin ich, dass ich mich dann hinstelle und sage, nee, das, also ich würde es wirklich nicht bewerten. Ich möchte mich an dieser Stelle wirklich, wirklich bei Ihnen bedanken für den Satz eben, den Sie gesagt haben. Dass Sie gesagt haben, nur weil ich mir was für mich nicht vorstellen kann, heißt das nicht, dass es nicht vorstellbar ist. Weil genau das ist das Problem bei der Bewertung von Sexarbeit. Sexarbeit, also ich weiß, es gibt eine gewisse Dramatisierung in der Darstellung, zum Beispiel in den Medien von Sexarbeit. Und das hat was damit zu tun, dass Menschen sich nicht vorstellen können, dass es andere Menschen gibt, die andere Grenzen haben oder deren Komfortzone anders gelagert ist als die eigene. Und das finde ich so groß, also dass Sie das gerade auch nochmal so sagen. Ja, nee, finde ich wirklich, es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Weil ich bin jeden Tag, also bei ProstitutionsgegnerInnen bin ich immer mit diesem Ressentiment konfrontiert. Und das ist häufig der Ursprung. Also diese produzierte Empörung und auch diese Rettungsindustrie, so nennen wir das ja in unseren Kreisen, also dass sozusagen Prostituierte immer gerettet werden sollen, das liegt daran, dass sich Menschen nicht vorstellen können, dass andere Menschen anderen sexuellen Horizont haben. Also ich habe vor einiger Zeit eine sehr, sehr anrührende Reportage gelesen, Bettys erstes Mal. Ich habe den Autor interviewt, Benjamin Piel, der ist inzwischen Chefredakteur von Minden der Tageblatt. Der hat begleitet eine Frau, die 73 Jahre alt war, eine geistige Behinderung hatte und die gerne Sex haben wollte. Wow. Und sie wollte gerne, oder die körperliche Berührung, bevor sie stirbt. Und sie hat einen Sexbegleiter gefunden, der das mit ihr gemacht hat. Und das ist so berührend beschrieben worden, wie sie sich vorbereitet und wie ihr dann gesagt wird, so du musst dich auch von dir selber etwas, da macht man sich schön und so, dass die andere Person dir auch gerne, das war wirklich eine Beziehung, die da entstanden ist. Also ich war wirklich zutiefst angerührt, auch ein bisschen verstört, auch aus besagtem Grund, weil man eben tatsächlich, weil man ja tatsächlich irgendwie so aufwächst, so ja, das ist irgendwie so ein bisschen, das ist so ein bisschen Schmuddelecke und es hat mich zutiefst irritiert und was ich ganz sympathisch fand, aber positiv irritiert, der Chefredakteur hat gesagt, ihnen lässt das seitdem nicht mehr los. Er überdenkt seine Werte, so wie er über Sexarbeit denkt, nachdem er das gelesen hat, so. Ich muss sagen, ich bin da tatsächlich nicht fertig mit, also jetzt so in der Vorbereitung auch auf das Interview, dass ich gemerkt habe, so, darüber muss ich, da muss ich noch nachfühlen, nachdenken, wo stehe ich da überhaupt, so. Aber ich kann definitiv sagen, dass es da nicht, also es gibt da nicht Schwarz-Weiß und so. Und ich hatte da das Gefühl tatsächlich, als ich überlegt habe, wahrscheinlich in diesem Akt, wahrscheinlich war das eine Gottesoffenbarung, was da stattgefunden hat, bei dieser Frau, so wie sie das beschrieben hat, oder auch die Art und Weise, wie er sich ihr da zugewandt hat, das war wirklich, ich würde sagen, das hatte tatsächlich was sehr Spirituelles, fand ich auch aus christlicher Sicht, tatsächlich. Ich glaube, wir müssen tatsächlich, wir kommen zum Ende, also hatten Sie noch eine Frage davon? Ich glaube, ich finde diese Frage mit dem Alterssexismus eigentlich auch nicht mehr so wichtig. Ich glaube, das sind schon die wichtigsten Fragen gewesen. Oder soll ich die noch stellen? Nee, das ist okay, wir können dann so einfach, ich würde nämlich tatsächlich gerne noch einmal hören, was Sie sagen, was wir, was Kirche von Sexarbeiterinnen lernen soll, oder was ich mitnehmen soll auf dem Weg. Also eigentlich finde ich das Gespräch an sich schon so gut. Also ich glaube, das Gespräch hat das schon aufgezeigt, wie viel sich überschneidet auch, also wie viel sich überschneidet und dass dieser Kontakt, also dass diese Kommunikation einfach schon wichtig ist. Also dass die Unterschiedlichkeit, aber auch der Zusammenhang klar wird zwischen zum Beispiel unseren beiden Berufsfeldern. Und das reicht ja schon. Ja, ich würde Ihnen gerne auch mit auf den Weg geben. Sie hatten im Vorfeld gesagt, dass Freundinnen von Ihnen, die auch im selben Bereich arbeiten, eher gesagt haben, so Gott, Kirche und so, oder eher verstört sind. Dem würde ich mit auf den Weg geben, geben Sie der Kirche da noch mal eine Chance, vielleicht oder so. Oder dass ich denen wünsche, dass Sie positive Erfahrungen irgendwie in Zukunft machen oder irgendwie echt offene Herzen und offene Türen finden, wenn Sie zu uns kommen und so. Ja, ansonsten Gottes Segen für Sie und für Ihre Arbeit. Vielen Dank, danke schön. Ja, vielen Dank an Sie, weil wenn es solche schon progressiven Geister gibt, dann gibt es da bestimmt gute Chancen für diesen Kontakt. Herzlichen Dank. Danke schön. Ein Podcast der Kirche im NDR Dios, der Kirche im NDR Ich bin NDR Untertitelung des ZDF, 2020